ja hallo und willkommen freunde des gepflegten computerschachs jetzt gibt es in diesem video fünf schachpartien zwischen dem mephisto modula 4 mit hg 440 und dem fidelity elite avantgard eine 8bit maschine 8081 oder was da steht ich wünsche auf jeden fall schon mal viel spaß beim schauen des videos es wird keine kommentare geben ich werde nur musik darunter legen und wie gesagt viel spaß und ich verabschiede mich schon mal weil ich mich ja nicht mehr melde tschüss bis zum nächsten so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020